...gewichtungen einigermaßen zufrieden sind. Der eine ist ja offenbar nicht mehr lange Parteivorsitzender. Politikwissenschaftler Volker Kronenberg noch einmal. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie die drei so hören, wer hat denn den meisten Grund, wirklich zufrieden zu sein? Wenn wir die Perspektive der Parteien einnehmen, dann will ich es genau umkehren. Dann hätte gewiss die Parteivorsitzende der CDU. Denn letztlich ist die Handschrift der CDU nicht so klar erkennbar wie sicherlich die der Sozialdemokratie. Und dann ist man auch sehr schnell bei der CSU, weil ja schon in den Sondierungsgesprächen manche Politikfelder ununterscheidbar waren, sozusagen zwischen CSU, die ja ganz bewusst und selbstbewusst das S eben auch im Parteinamen trägt. Ich will sagen, diese sozialpolitischen Akzente, die ja eindeutig dieser Koalitionsvertrag trägt, reklamieren sowohl Sozialdemokratie wie CSU. Auch wenn man die Partei des Ordo-Liberalismus, der sozialen Marktwirtschaft, die CDU, so nimmt, dann würde man sicherlich eher sagen, es ging ihr darum, auszuvalancieren, zusammenhalten, vermeintliche Gegensätze dann doch zusammenzubringen, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, dass die Gremien passieren kann, dass man die Kanzlerin stellt. Das ist natürlich auch immer an der Anspruch der CDU gewesen. Wohl wissend übrigens, Herr Bade, dass Koalitionsverträge sicherlich nicht unwichtig sind. Natürlich irgendwo Koordinaten und Handlungsaufgaben mit sich bringen, aber der Regierungsalltag über viele Monate, über Jahre hinweg oftmals durch völlig Unvorhergesehenes geprägt ist. Und gerade auch die Jahre seit 2005 unter Angela Merkel haben das ja in den unterschiedlichen Koalitionsvarianten immer wieder gezeigt, dass Krisen kamen, wo Angela Merkel dann unter Beweis stellen musste und konnte, dass sie offenbar zur Zufriedenheit eines Großteils der Menschen im Lande agiert. Das weiß man in der CDU, insofern nimmt man das in Kauf. Wenn Sie Fragen der Abwägung, ist sicherlich die Sozialdemokratie hier klar erkennbar in diesem Vertrag. Wenn wir nun über den und seit der heute, Frau Mück, da muss man es ja so sagen, noch amtierenden SPD-Vorsitzenden sprechen, über Martin Schulz, wird er Außenminister? Herr Barth, ich halte das für eine ganz spannende Frage, die wir heute Abend sicherlich nicht beantworten können. Aber ich wäre bei der Beantwortung sehr zurückhaltend. Ein vorschnelles Ja würde ich nicht sagen. Warum? Es hat, es kann den Anschein haben, in Teilen der Bevölkerung und zumal der eigenen Basis interessierter Parteikreise, dass man sagt, jetzt macht er ja den Gabriel. Also im Grunde wieder Aufgabe des Parteivorsitzes, retten ein Stück weit in ein Amt und dann ist es wieder das Amt des Außenministers. Er will sozusagen selbst sich versorgen. So könnte man, wenn man bösartig ist, argumentieren. Denn Tatsache ist natürlich, es wird eine Debatte in der Sozialdemokratie über diesen Koalitionsvertrag einsetzen. Kevin Kühnert hat ja schon die Grundsatzkritik heute geäußert. Das wird sich ja über drei Wochen hinziehen. Und die Frage steht natürlich im Raum, wer trägt dann die Verantwortung für das, was nicht durchgesetzt werden konnte. Aber wir müssen natürlich auch die Perspektive wieder weiten. Wir dürfen jetzt nicht in der Momentaufnahme verharren, sondern die Sozialdemokratie hat natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer glücklich agiert, um es vorsichtig auszudrücken und auch ein Wahlergebnis zu verantworten. All das wird, ob gerecht oder nicht, natürlich mit dem noch amtierenden Parteivorsitzenden in Verbindung gebracht. Ich will sagen, es kann dann am Ende auch dieser Tage, zwölf Tage, 13 Tage Mitgliederentscheid auch das Ergebnis stehen, dass man sagt, nein, Martin Schulz ist nicht der Richtige in diesem Amt. Denn heute fällt ein Name nicht den ganzen Tag über aus Sicht der Sozialdemokratie. Was ist denn eigentlich mit einem überaus populären SPD-Politiker, er steht an der Spitze der Beliebtheitsskala in der Bevölkerung, Sigmar Gabel. Man hat doch einen sozialdemokratischen Außenminister, der das seit vielen Monaten aus Sicht der Gesamtbevölkerung und auch aus Sicht der eigenen Partei im Übrigen doch überaus passabel macht. Warum muss er denn räumen, damit Martin Schulz den Platz einnimmt? Sind denn inhaltlich die Unterschiede zwischen diesen beiden so groß, dass eine solche Rochade notwendig wäre? Nein. Warum muss das dann gemacht werden? Ich will sagen, das sind Fragen, die auf Schulz, auf die Sozialdemokratie spätestens mit dem morgigen Tag einsetzen werden und sich quälend ziehen bis zum Ende des Mitgliederentscheids. Mein Kollege Erhard Schärfer hat vorhin im Zusammenhang mit der SPD von einem irren Ja gesprochen. Und tatsächlich, wenn wir jetzt über Martin Schulz sprechen, wir sprechen vom ehemaligen Mr. 100 Prozent. Wie viel Prozent hat er denn noch? Naja, das, was ich gerade kommentiert habe, was hier der Tenor dieses Gesprächs ist, ist natürlich, dass er radikal, rapide verloren hat an Popularität. Das kann man überall messen, das kann man auch festmachen. Das konnten wir in Bonn erleben, das musste er erleben bei dem Parteitag. Aber ich will es jetzt auch umkehren. Er hat natürlich mit diesen knapp 180 Seiten und dem Ressortzuschnitt, diesen drei klassischen starken Ressorts, die er herausverhandelt hat, hat er natürlich punkten können. Das muss man eben auch sehen. Das ist auch ihm und seinem Agieren zu verdanken. Die Frage wird nachher sein, wie wägt man ab und im Grunde, worauf läuft es denn hinaus? Geht es wirklich um Einzelheiten dieses Vertrags? Geht es dann auch darum, dass es ein starker Kurs, Olaf Scholz, dass man ihn da sieht und anderes mehr, Andrea Nahles? Oder sucht man vielleicht auch einen Sündenbock für dieses irre Ja? Und es wurden natürlich auch Fehler gemacht, auch Fehler, die der Parteivorsitzende zu verantworten hat. Das ist eine Frage, die können wir heute nicht beurteilen, aber diese Frage steht natürlich im Raum. Ich sage vielen Dank bis hierher wieder mal und wir sprechen garantiert weiter, sage ich auch wieder mal. Und dann gucke ich mal zu Erhard Schärfer, der weiter im Willy-Brandt-Haus in Berlin steht. Ich würde gerne jetzt sozusagen den Faden des Gesprächs, das ich eben mit Professor Kronenberg führen konnte, aufnehmen und gleichzeitig den Gedanken fortführen, den wir vorhin hatten. Wir waren an der Stelle, wo man ja im Prinzip dran war zu fragen, was ist mit Gabriel? Was ist mit dem früheren Vorsitzenden und jetzigen Außenminister? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Thomas Bade. Ich will ein wenig darüber spekulieren gleich. Ich will aber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gerade noch sagen, falls Sie auf die für 18 Uhr angekündigte Pressekonferenz von und mit Andrea Nahles und Martin Schulz warten. Das wird sich um eine gute Viertelstunde verzögern, hat man uns eben mitgeteilt. Der Parteivorstand sitzt im Großen und Ganzen oben noch zusammen hier in der fünften Etage des Willy-Brandt-Hauses. Er ist also durchaus Gesprächsbedarf gewesen in den vergangenen zwei Stunden, der noch ein klein wenig anhält. Und man hat uns deshalb gesagt, ungefähr Viertel nach sechs wird es dann hier diese Pressekonferenz geben. Und dann komme ich zurück auf Ihre Frage zu Sigmar Gabriel. Da weiß man eigentlich ja nie. Er ist ja schon an verschiedenen Stellen immer mal untergetaucht, irgendwie aus dem Rennen gewesen scheinbar und dann wieder aufgetaucht. Wir erinnern uns an die Zeit in Niedersachsen, als Ministerpräsident abgewählt, nach relativ kurzer Zeit Pop-Beauftragter gewesen und dann wieder aufgetaucht in der Bundespolitik, schließlich auch als Parteivorsitzender über einen vergleichsweise langen Zeitraum dann dieses Amt innegehabt, wie wenige vor ihm in den vergangenen jüngeren Jahrzehnten. Insofern denke ich, ist mit Sigmar Gabriel mutmaßlich auch zu rechnen. Er ist ja offenbar einer, der auch strategisch denken kann und der im Zweifel auch mal abwarten kann und dann auf seine Chance auch mal wartet. Andererseits kann man sich bei ihm auch vorstellen, dass er anderweitig tätig wird. Aber vielleicht hat er auch einfach mal ein Jahr irgendwie sich selber Ruhe gegönnt oder wird es tun. Man weiß das ja nicht. Vielleicht nutzt er die Gelegenheit, um auch ein wenig mal mit der Familie zu verbringen. Viel Spekulation dabei, aber ich würde sagen, die Karriere von Sigmar Gabriel, wenn das Ganze so bleibt, wie es im Moment sich abzeichnet, dass er das Außenamt nicht behalten wird und so sieht es ja wohl in diesen Stunden und Tagen aus, die ist damit aus meiner Sicht noch lange nicht beendet. Da muss man immer mal wieder mit rechnen, dass er an der einen oder anderen Stelle wieder auftaucht. Konnten Sie beobachten oder konnten Sie von anderen hören, die aus der Nähe die Gelegenheit hatten, das zu beobachten, wie sich denn diese, ja, mehr als Parteifreundschaft, diese Kollegialität, vielleicht tatsächliche Freundschaft zwischen Gabriel und Schulz in diesem Jahr entwickelt hat, in diesem, wie Sie es vorhin genannt haben, Irrenjahr? Das ist auch eine spannende Geschichte durchaus und ich bin mal gespannt, ob das mal jemand tatsächlich auch aufschreibt. Das ist ja durchaus auch ein Musterbeispiel über den Umgang von Menschen miteinander in der Politik. Es hieß ja in den früheren Jahren immer, sei das durchaus eine Freundschaft gewesen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es wohl mal geplant gewesen ist, dass Sigmar Gabriel Martin Schulz im Europaparlament beerbt, damals noch als Fraktionsvorsitzender der sozialistischen Fraktion im Europaparlament, der aber gesagt haben soll, nee, das mache ich nicht, das ist Martins Job irgendwie und dessen Stuhl werde ich nicht sägen. Und aus dieser Zeit soll dann durchaus eine politische Freundschaft auch entstanden sein, die ja aber immerhin so weit geführt hat, dass Sigmar Gabriel Martin Schulz zu seinem Nachfolger im Parteivorsitz gemacht hat, ihn dann auch zu Kanzlerkandidaten gemacht hat und auf diesen Schild gehoben hat. Aber dann, und jetzt bricht es an dieser Stelle, wenn man allen Beobachtungen und allen Beschreibungen glauben darf, dann mit dieser Freundschaft, weil sich Martin Schulz dann irgendwann nicht mehr so richtig unterstützt gefühlt hat in diesem ohnehin für ihn schwierigen Wahlkampf, der nicht gut vorbereitet war für ihn, der nicht zugeschnitten war auf ihn, wo es keine Strategie gab, keine Kampagne, die auf Martin Schulz gepasst hätte, wo er Martin Schulz selber dann auch eine ganze Reihe von Fehlern gemacht hat und wo es dann in dieser Phase dann auch immer wieder Auftritte von Sigmar Gabriel gegeben hat, die eher den Eindruck erweckt haben, er zweifelt selbst daran, wen er da als seinen Nachfolger vorgeschlagen hat und wen er da auch als Kanzlerkandidat vorgeschlagen hat. Und in dieser Zeit, wo es durchaus auch sehr unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Äußerungen, auch durchaus skeptische Äußerungen seitens Gabriel gegenüber Schulz gegeben hat in dieser Zeit, scheint doch deutlich dieses Verhältnis gelitten zu haben, auch intern in Auseinandersetzungen im Parteivorstand, in Disputen da. Und vermutlich, würde ich es mal sagen, ist dieses Verhältnis einigermaßen zerrüttet und möglicherweise ist das auch ein Grund, warum ein Grund möglicherweise von vielen, wie wir dazu geführt haben, dass Martin Schulz gesagt hat, so das Außenamt, sofern es für die Sozialdemokratie in einer neuen Koalition in Frage kommt, möchte ich gerne selber machen. Nun gibt es ja neben diesen beiden Männern, Gabriel und Schulz, die noch ihre Rolle suchen, suchen müssen, die starke Frau, deren Stellung akzeptiert und fast ja unumstritten ist im Vergleich zu Gabriel und Schulz. Da gibt es ja noch einen Mann, der da eine neue Rolle sucht und möglicherweise gefunden hat, was man heute hört. Das ist Olaf Scholz. Wie würden Sie ihn einschätzen in diesem Reigen der anderen SPD-Granden? Olaf Scholz gilt und galt ja immer als einer, der viel Potenzial hat in der SPD, der ja auch einer der wenigen ist, die in den vergangenen Jahren eine Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen haben in Hamburg. Das gibt es ja auch nicht besonders oft bei der Sozialdemokratie in diesen Zeiten. Insofern galt er prinzipiell immer als einer von denen, die gute Chancen haben auf den Parteivorsitz. Das aber, vom Potenzial her gesehen aber, ihm fehlt ein klein wenig der Rückhalt in der Partei. Man kann das beobachten in den vergangenen Jahren, wenn es um Wahlen ging, beispielsweise zum Stellvertreter, auch zum Generalsekretär, wenn wir noch weiter zurückblicken. Die Qualergebnisse bei Parteitagen der SPD für Olaf Scholz waren, ich will sie mal sagen, übersichtlich. Irgendwie war das auch Anfang Dezember des vergangenen Jahres, hatte, glaube ich, das schlechteste Ergebnis als stellvertretender Parteivorsitzender eingefahren, was unter anderem wohl auch damit zusammenhing, dass ihm immer wieder Ambitionen nachgesagt wurden, eben auf den Parteivorsitz. Aber er hat es immer nur angedeutet, er hat sich da trotz in der Summe dann zurückgehalten. Man wusste nicht, will er, will er nicht, springt er oder springt er nicht. So ist es dann in den Zeitungen ja auch kommentiert worden und das schafft natürlich auch Verunsicherung. Und das mag ein Großteil der Sozialdemokraten nicht, wenn sich nicht einer wenigstens klar äußert oder meinetwegen auch mal eben diesen Sprung dann auch riskiert und dann offen sagt, ja, ich möchte dieses Amt haben. Das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Andrea Nahles gilt als ziemlich gut. Sie haben ja gerade, was die Themen angeht, wenn man Arbeit und Soziales angeht, wo sie beide als Minister tätig gewesen sind, ja auch eine inhaltliche Gemeinsamkeit, die geht noch sehr viel weiter zurück, nämlich auf ihre Anfangszeiten im Bundestag, wo beide im Ausschuss für Arbeit und Soziales gewesen sind, wo sie übrigens lange gefördert worden sind, am Anfang vom damaligen Vorsitzenden Lafontaine. Also von daher verbindet sie eine große gemeinsame Zeit durchaus und möglicherweise haben die dann ihre Rollen auch gefunden. Und das kann tatsächlich nebeneinander funktionieren. Die Partei und Fraktionsvorsitzende, sofern es denn dazu kommt, auf der einen Seite und der Vizekanzler Scholz, wenn er es denn wird, auf der anderen Seite könnte ein hochinteressantes Machtzentrum werden innerhalb der SPD, weil sie zudem ja auch unterschiedliche Flügel repräsentieren. Auch wenn Andrea Nahles in den vergangenen Jahren, wie man so schön sagt, immer etwas weiter in die Mitte der Partei gerückt ist, nicht mehr die linke Position eingenommen nimmt, wie sie sie innehat, beispielsweise als Juso-Vorsitzende. Sie hat ja auch als Fraktionsvorsitzende ihre Mitgliedschaft in der parlamentarischen Linken ruhen lassen, weil sie gesagt hat, ich bin für alle Fraktionsmitglieder hier die Vorsitzende. Also das auch schon ein Zeichen für eine Öffnung, auch andere Parteiflügel, in diesem Fall Fraktionsflügel hinein. Das könnte also durchaus ganz gut funktionieren, wenn sie sich im Ziel einig sind. Und ja, für die Sozialdemokratie ist es ohnehin was Neues, mit einer Frau an der Spitze zu agilieren. Da wird man jetzt mal beobachten müssen, wie stark sich die anderen, die ja auch noch da sind, an Stellvertreterinnen beispielsweise und die übrigen Ministerinnen, die es dann in einer nächsten möglichen großen Koalition geben wird, wie die sich positionieren. Aber das kann auch eine hochinteressante Konstellation sein, die durchaus die SPD nach vorne bringen kann. Erhard Schaffer, Sie haben vorhin gesagt, die Pressekonferenz hinter Ihnen hätte um 18 Uhr beginnen sollen. Die sei jetzt ungefähr auf Vierteln nachverschoben worden. Die Hälfte dieser Zeit, die haben wir jetzt gut genutzt für unser Gespräch. Vielen Dank dafür. Wir sprechen uns ja gleich wieder.